Musik Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen Minecraft, ähm, Bedros, ja, auf dem GOMM-Server mit 4x3er-Teams. Und dabei ist wieder Maxi. Hallo Leute. Und wir haben einen Special-Gast dabei, wer es nicht schon im Titel gelesen hat. Es ist Mr. Timeliner. Hallo. Ja, Mr. Timeliner. Wir sind heute mal zu dritt am Start mit, auf GOMM mit 4x3er-Teams. Kann es sein, dass es eine riesige Map ist? Ja, die ist riesig, aber die ist halt auch richtig cool. Nicht zu weit hoch, Baumbelli. Nicht deine Sucht wieder vollkommen. Okay, ich mach Stufen. Okay. Ich bin so dumm. Ja, was, was, was? Extrem viele Spitzhacken gemacht. Nein, alter, boah. Das ist ja küsst du. Falls einer kommt und sich einbaut, können wir dann immer wieder so einen Fallbaut und geschnitten. Ich brauch Food, 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 Food. Ey, Leute, wo ist denn das Bett? Ja, ich bin da. Ey, das Bett ist, ähm, es gibt ja dieses... Beim Riesenrad unten drunter. Genau, beim Riesenrad. Hilfe, Hilfe. Also irgendwie, äh, Lex grad, äh, ein bisschen, aber... Kommt einer, äh, ich glaub's, ich glaub's kommt einer zu uns. Echt? Ich hasse diese Leute, die die ganze Zeit mit dem Bogen auf jemanden raufspammen. Wo bist du, Benni? Wo bist du? Äh, ich bin... Ziemlich, äh, ich bin auf unserem Weg in die Mitte. Gib da mal... Achtung da, es war eine Kombo. Es ist einer! Es kommt einer! Da, da! Ja, ja, gut, ich komm auch. Ich bin tot. Er kommt rum, er kommt rum, er kommt rum. Ja, los, los, alle zum Bett, alle zum Bett, Kim, jetzt keinen Bronx sammeln. Ah, wo ist er? Achso, er ist gestorben. Oh, okay. Ja, gut. Also, ein Glitter, die waren mir. Hier. Okay, aber es war schon grad knapp. Ja, was? Alter, aber wie ist einfach richtig bugt bei mir? Ich kann gar nicht laufen. Bugt richtig rum. Da ist einer, bei unserer Base. Kim, Kim, alles zum Bett, alles zum Bett. Erst beim Bett, erst beim Bett, erst beim Bett. Wer hat unser Bett so gut wie? Jo, was gibt's da mit uns? Go, go, go. Okay, ich hab ihn down. Alter, gut, Kim. Mann, ey, das tut mir eigentlich richtig leid, weil der ist einfach immer hier vorbeigerannt und ich konnte nix machen wegen meinem Programm. Es werden hier gerade alle Betten abgebaut. Okay. Wollen wir jetzt offensiv gehen, oder? Ja, ich sammle grad ein bisschen Eisen. Geht zurück, geht zurück. Ich bin der Crib, ich bin der Crib. Ich hab ein bisschen der Crib. Oh, oh, Alter, wie's bugt. Schlech, schlech. Ein grüner kommt, Achtung. Ja, okay, ich bin auch da. Auf, da hoch, was auch immer er davor hat, weil unser Bett ist sowieso abgebaut. Ja. Er ist da oben. Ich hab kein Essen. Ja, warte, warte, hier, hier, hier. Anrucks. Achtung, er ist über dir. Ja, wenn ihr jetzt mal durchfließen. Achtung, runter. Achtung, runter. Achtung, runter. Wow, Alter, das war knapp, das war, Alter, ja, das war richtig knapp. Er hat sich zurückgeportet, er hat sich zurückgeportet. Er hat sich zurückgeportet, er hat sich nicht stehen bleiben. Okay, jetzt, 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 jetzt. Okay, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn doch. Achtung, über dir, über dir. Ja, gut. Wie ist dieses Ding rauf? Ja, wir lassen ihn mal, ne? Ach du Scheiße. Wo ist er? Ah, da ist er, nein, Kim. Ich komme. Ich komme raus. Ich komme raus. Komm, ja. Oh, wir haben überlebt. Ey, es hat so hart bei mir gebackt, ich konnte nichts machen. Wenn ihr jetzt lasst, auch die Offensive gehen. Ey, ich kann dir da nicht wirklich helfen, aber okay, ich komme. Dann könnt ihr wenigstens mich töten und du ballerst das Bett weg. Hoffentlich haben die keinen Bogen mehr. Dann sind wir nämlich gearscht. Ah. Die habe ich noch nicht... Baut dich, baut dich wieder hoch, baut dich wieder hoch. Ich habe nicht genug Blöcke. Ich goosch zu dich gerade. Benni? Keinen Scheiß, Benni, mach bitte keinen Scheiß. Alleine schaffe ich dich echt nicht. Nein, nein. Das Ganze... Oh. Benni? Ja? Ich goosch zu euch. Ja, okay, hast du schon gesagt, aber mein... Ey. Immer wenn ich aufnehme, Junge. Benni, seh dich. Ja, ich seh dich auch. Ganz ruhig, ja. Go, Maxi, Alter. Immer wenn ich aufnehme, gehen die FPS so runter. Das macht so gar keinen Bock. Gut, ich guck trotzdem zu. Aber der Alex ist gut equipt. Ja. Ja, gut, gut. Halt dich zu. Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Ja! Ja, ja. Los, los. Ja, oh. Letzter, wo ist der? Ich kann ja mal gucken. Der ist auf dem Weg. Der ist, äh... Er kommt. Er ist equipt. Ich hoffe, du hast alle Leben, Max. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Zwei Herzenfehle. Okay, zwei Herzen, aber der ist equipt. Und der kommt jetzt. Wahrscheinlich siehst du ihn ja schon. Gut, das liegt dich schön. Ja, Achtung. Aber, ich seh ihn. Er ist auch noch... Ich hab das Gefühl, irgendwie er weiß, wo du bist. Aber, nee, zum Glück nicht. Er hat mich gerade gesehen. Komm, 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 komm. Ja, ja. Ja! Jawohl! Maxi, unser Held, ey. Woo! Super Max! Maxi, wow! Okay, Leute, das war eine geile Runde. Bad Wolf mal auf dem Gombus-Server mit einem Special Guest. Du bist da Timeliner, der keine Videos mehr macht. Yay! Woo! Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschau, Leute. Tschau.